Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von von Stronghold Crusader HD Entschuldig bitte So Leider diese Karte ist ein bisschen ein bisschen schwierig Das Problem bei der ganzen Geschichte hier ist ich habe zwar ein gutes Stahlkapital Aber Wir benötigen Holz So Ich werde jetzt als erstes einmal Etwa auf 50 Holz aufstocken Also um 40 So So Hier wisst ihr Bereits erstens vorangegangen Wahrscheinlich sind es nicht Nahrungsmittel Die bekämpfen Ich werde hier noch ein bisschen warten Eine Runde Bier wird auch spendiert Die können sich am Anfang relativ gut bekämpfen Euer Gnaden Es werden Rekruten benötigt Seier Euer Gnaden Konstruieren Belagerungsgeräte Das muss jetzt halt sein Das muss auch sein Brot gibt es auch ordentlich Ich schicke die schon mal nach da Jetzt gebe ich nochmals Zwei Dorfwohner raus Oder Bürger Oder wie auch immer man es hier nennt Wie üblich kann man in diesem Spiel zumindest Gut mit Steinen Geld machen Ja Jetzt habe ich noch ein bisschen Darf hier ausgegeben Ihr könnt das nicht dort platzieren Mein Lord Das sind meine Standardtruppen für den Anfang Und dann Nochmals das Wir benötigen Holz So kann ich jetzt nochmal das Ein Ochsenjag Drei Besorgen Fünf Und etwas mehr Holz Das wäre durchaus sinnvoll Unter 150 Sagen wir unter 120 Wichtig ist, dass das Geld regelmäßig fließt Und dann nochmals ein Haus Und dann nochmals ein Haus Auch die Holzproduktion ist wichtig Jetzt haben wir drei Steinvorkommen Die wir bebauen Und drei Steinbrüche Oh ja Und er wollte ja was von mir Eure Verbündeten Hier Bögen Hier Bögen So jetzt bauen wir noch Eine Kohlepfanne Vier Stück davon Auf unserem Turm Nur für den Fall der Fälle Baue ich hier Noch einmal Eine Mauer Das ist wahre Macht So Die Mauer hier ist jetzt nicht wirklich breit Eine Nachricht von Richard Löwenherz Uns mangelt es an folgenden Nahrungsmitteln Könnt ihr Nachschub beschaffen Das sind zwar nie Nahrungsmittel Die er braucht Aber auch wenn er am Anfang 10.000 hat Und eben Hier hat er Moment mal Ich Werde die Soundoption ein wenig zurückstellen SFX Lautstärke auf 15 Und Spiel wieder aufnehmen Und dann werde ich auch hier In einem gewissen Abstand Noch einmal ein Tor aussetzen Das dauert jetzt So jetzt bauen wir hier noch Eckturm Und hier auch noch einen So Da habe ich Eine Nachricht von Richard Löwenherz Uns mangelt es an folgenden Nahrungsmitteln Könnt ihr Nachschub beschaffen Er baut zwar Hier Stein ab Hier nicht Aber hier hinter ihm Baut der Stein ab Das ist zwar keine sehr geschickte Strategie Aber sie kann für den Wolf sehr lästig sein Und jetzt muss ich Noch etwas Rot kaufen Über 80 Und dann Schau ich wie viele Ja Zwei kann ich noch bauen Ohne zu viele Freie Arbeiter zu verlieren Euer Gnaden Was soll konstruiert werden? Konstruieren Belagerungsgeräte Konstruieren Belagerungsgeräte Konstruieren Belagerungsgeräte Bin zur Stelle Es werden Rekruten benötigt, sei er Es werden Rakuten benötigt, Seier. Eure Befehle? Ein weiter Weg. Ihr könnt auf uns zählen. Ein weiter Weg. Katapult bereit, Milo. Diesmal gehe ich bereits früher zum Angriff über, bereits in dieser Folge. Es werden Rakuten benötigt, Seier. Es werden Rakuten benötigt, Seier. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin? Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Uns mangelt es an folgenden Nahrungsmitteln. Könnt ihr Nachschub beschaffen? Das ist wahre Macht. Katapult bereit, Milo. Eine Pause tut gut. Bin zur Stelle. Unerreichbar. Das war jetzt ein kleiner Fehler. Was wünscht ihr? Konstruieren Belagerungsgeräte. Wir werden überfallen. womit kann ich dienen mit vergnügen bogenschützen bereit so ich habe noch über 6000 es werden rekruten benötigt sein und jetzt kommen Balliste bereit Milo Balliste bereit Milo hier Balliste bereit Milo wir geben unser bestes bin zur Stelle unser Werkzeug ist bereit eine Nachricht von Richard Löwenherz das königliche Banner ist in großer Gefahr ihr müsst mir zu Hilfe eilen diesmal ist er nicht so gut dran gebt uns eine Aufgabe konstruieren Belagerungsgeräte konstruieren Belagerungsgeräte konstruieren Belagerungsgeräte konstruieren Belagerungsgeräte aber natürlich Balliste bereit Milo ist hochgekorbelt ist hochgekorbelt so so jetzt nochmals ein Haus denke ich jetzt ja muss fast sein ich denke ich habe euer Gnaden wie können wir helfen wie können wir helfen ja bitte auf dem Weg Belagerungsgeräte bemannt so jetzt die üblichen vier Kohlepfannen bin zur Stelle in Bewegung Balliste bereit Milo ist hochgekorbelt Balliste bereit Milo das ist wahre Macht ist hochgekorbelt so jetzt werde ich die Folge gleich bänden auch mit dem Katapult den ich wir geben unser bestes eure beliebtheit sinkt ok ich habe wieder mal vergessen Nahrungsmittel einzukaufen guten eine Nachricht von Richard Löwenherz das königliche Banner ist in großer Gefahr ihr müsst mir zu Hilfe eilen eure Verbündeten Balliste bereit Milo wir geben unser bestes nicht getroffen ok ich hoffe diese Folge hat euch gefallen wenn ja lasst mir doch einen Daumen nach oben da ich wünsche euch alles Gute und bis bald Vielen Dank.